Ja, da ist das gute Spiel. Das Pokalfinale. Junge, Junge, ausverkauftes Haus. Hexenkessel lieber. Na ja, ich glaube nur diese Seite ist ein Hexenkessel. Das Mann, ja. War schon keine schlechte Band, ey. Boah, da gab es schon die erste Flanke. Hey, guck mal hier, dann sind wir gut dran. Hoppala. Schöne Annahme. Lassen wir es erstmal ein bisschen kommen, ey. Langer Ball. Astrup, weiß nicht, ob er hingehen soll oder flautzt. Hopp, hopp, oje. Puh, war das knapp. Die können wir zum Kreiskönig zählen, oder? Ja, absolut. Oh, guck mal Schlagli. Super Frisur, ey. Steiner Zare sitzen auch. Steiner, wie gegeben. Langer Ball. Ball landet im Rückraum. Opa. Roshi, Junge. Was für ein Pfund, ey. Der hat aber die Dinky Kleber ausgepackt. Pass auf. Kannst du dich noch an die Szene jetzt erinnern? Ach. Alassidan. Der macht das jetzt noch an der Telefonzolle. Ja. Halla. Wuhu. Schwelbst du wieder förmlich über den Ball, ne? Ja, logisch. Das macht hast du doch eine Idee, ne? Der hat eine richtige Idee. Oh, der spielt jetzt so richtig. Ja, da habe ich das Auge natürlich für Preis, aber... Boah, in den Nachthimmel. Aber den macht er gut. Roshi, Roshi hat eine Idee. Na klar? Ja. Schöner Flatter. Schöner Flatter. Ja, der Torwart denkt auch, er ist beim Volleyball kurz. Ah, heiße Kartoffel für den Torwart, würde ich sagen. Und? Rechts vorne rechts. Wenn das Fico, ja, würde zählen. Stand leider nicht da. Ne. Den müsst ihr euch merken. Das ist ein Kraftpaket, ey. Schöner Lachs. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Der Schnitzer. Der Schnitzer. Ein schöner Tiergott. Freisi erstmal kurz. Freisi, probiert die Leute zu vernaschen. Kriegt den Ball wieder. Der beim ersten Mann hängen. Hoppala. Preis. Und flutsch. Holden sich wieder. Und jetzt kommt Gucci. Gucci ist da. Mit dem Auge. Na logisch, dann bin ich doch. Ja, mit Auge, ne? Martin. Geil. Kann man nicht verteidigen, ist ja immer so. Ne, wenn er da in der Luft steht, ja. Ich hab das an der Mittellinie gesehen, dass der reingeht, ja. Da kenn ich nichts. Die Reste rasten völlig aus, alter. Martin. Du Ziege, Alter. Alter. Oh. Für Charlotte. Das Wiesel kommt. Oh. Schöner Einsatz. Oh. Da ist er. Da hat er noch den Spanner am Schuh. Ey. Nimm den Spanner raus, Junge. Mein Gott, Jibo. Der war gar nicht so einfach. Ja. Der hätte noch nicht am Tor sein können. Da kann ich mich noch ranhauen. Boim. Und da ist das Spiel vorbei. Klasse. Da sind wir Pokalsieger. Das war riesig, ey. Der Apfel. Der tat gut, der tat gut. Dank dir. War schon ein geiles Spiel. Absolut. Die Atmosphäre war schön. War ein geiles Erlebnis. Kannst du dich noch erinnern, als wir jetzt dort in die Kurve gegangen sind, wie die Fans uns angepeitscht haben und gratuliert haben? Ja. Das war echt Gänsehaut pur. Das war echt Gänsehaut. Das war also ganz gut. Das war ja auch. Vielen Dank.